Hallo liebe Bundesliga-Freunde, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Ja, heute habe ich ein Bundesliga-Quiz und zwar über den 1. FC Köln. 10 spannende Fußball-Quiz-Fragen über die Spieler, über den Trainer und über den Verein. Schafft ihr alle Fragen, dann viel Erfolg! 10 spannende Fußball-Ecke. 10 spannende Fußball-Ecke. 10 spannende Fußball-Ecke. 10 spannende Fußball-Ecke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich danke euch, bis bald, Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020